Ich jetzt noch gewinne, ey, dann bist du aber richtig schlecht, Kollege. Ja, servus, mein lieben Jungs und Mädels, willkommen zurück zu einem neuen Teil von Plänzen und Zombies. Ja, ich bin leider etwas später in die Runde eingestiegen. Heute spielen wir nochmal die Gift-Erbse, das allerletzte Mal erstmal für die nächsten 50 Parts, hoffentlich. Weil ich habe die ja eigentlich vor kurzem erst noch gezeigt gehabt, nur das ist mir leider zu spät aufgefallen, als ich den Wochenplan gemacht habe. Macht ja nichts, die Gift-Erbse ist ja sehr geil, ist ja eigentlich auch egal. Ja, wie gesagt, ich bin etwas Schwedin in die Runde eingestiegen. Ich werde jetzt erstmal schauen. Da steht mal eine Pflanze, so wie der Unheilpilz. Was trinken wir ein paar neue Pflanzen und ich habe fast keine Pflanzen mehr. Ich hole immer die Zombies, das ist eigentlich ein Fehler. Sollte nochmal die anderen Pflanzen mal holen oder die anderen Packs mal holen. So, hier ist noch keiner. Noch keiner am Teleporter, das heißt... Ich gehe mal gerade hier links rum. Was haben wir denn hier? So, da gibt es mal direkt ein bisschen Gift-Action hier von mir. Ah, da ist keiner. Da war gerade auf jeden Fall irgendein Feuermensch. Ich denke, das war wahrscheinlich ein Centurio. Ach, guck mal da oben. Ich wusste ja, irgendwo ist doch hier eine Drohne. Ich habe nicht herausgefunden, wo die ist. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Ich erwarte da oben auf den Ingenieur, dass der Teleporter bauen will, genau wie ich. Wo kommt hier keiner? Nö, irgendwie will hier keiner hinkommen, den Teleporter setzen. Dann soll uns das egal sein. Upa, ja. Dr. Chester, guten Tag. Sie werden sterben. So, wow, 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 wow. Und wo kam der denn? Schreckt mal ein Böhnchen in die Ecke. Ich habe den sogar will. Das ist so ein Passwort. Ah, verdammt. Da hatte ich nicht mehr genug Leben. Da wurde ich weggesnipert. Juts. Oh, ich suche mein Auge unglaublich. Passwort. So, jetzt aber nochmal ein Böhnchen da rein. Ach, brauche ich nicht. Okay, er hat es verledigt. Was haben wir jetzt mal den da oben? Ein bisschen kaputt. Werden wir ihn? Überweg. Wo ist denn hier die Drohne? Irgendwo ist eine Drohne hier. Ich würde sagen, der wird auf jeden Fall sterben. Juts. Da ist noch einer oben. Ich merke das doch. Ach, schade. Vor allem sind wir sonst die Brunnen geschmissen. Ah, darum kriegt wieder irgendjemand Schaden. Ich nehme dir mal ein bisschen unter Beschuss da oben. Dann steht er da nicht lange rum. Da ist keiner. Wir haben ihn gut erwischt und der ist im Flug. Also, als er unten war, ist er gestorben. Hammer. Ist aber nicht sehr nett. Muss ich schon sagen. Wo kommen die denn hier? Oben ist wieder jemand. Wurde ich von irgendwo gekillt? Von dem? Okay. Unerwartet, sag ich mal. Recht unerwartet, dass der mich gekillt hat. So, trau dich raus. So, auf Wiedersehen. Das war meine Rache. So, leider ist der, ähm, ging es da weg? Der Balkon. Ich würde sagen, du wirst jetzt auf jeden Fall sterben. Dagegen wirst du nicht tun können. Es gibt wieder, ein aufs Maul da oben beim Giftschaden. So, der nächst ist gestorben. Ast rein. Den einen, der da angeflogen kommt, mit der Beschuss so ein bisschen. Der müsste aber auch, glaube ich, lieber sein. Und ich habe das Gefühl, irgendwie schaffen wir das jetzt wieder nicht mehr. Ich bin wieder zu aggressiv. Ich bin wieder viel zu viel. Ach, schade. Das sieht wohl aus, wenn sie es wirklich nicht schaffen würden. Aber das macht ja nichts. Dann wird halt noch ein paar Täter kommen, auf jeden Fall. Ja. Was willst du machen? Ey, fünf Minuten, unfassbar. Da nimmst du, da willst du kurz ein Part aufnehmen und dann direkt so ein Mist, weißt du? Was willst du machen? 6.000 Punkte, das ist auf jeden Fall recht lächerlich. Ich habe die meisten Kills mit 14. Ne, ach der. Ach, ich habe 9 Kills. Entschuldigung. Oh, mein Gott, ich habe es falsch gesehen. Schon wieder sagen. Ne, 14 Kills hat der eine. Sehr gut, auf jeden Fall. Dreimal gestorben. Ja, passt. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Teil wieder. Bis gleich. Gleich. Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels. Wir kommen wieder zurück zu Plattpuster Zombies. Ich habe ja gesagt, wir müssen noch ein paar Täter liefern mit der Gifterbse. Das tun wir jetzt auch mal. So, da kommt aber bestimmt gleich der Ingenieur runter, oder? Da rufe ich mich da. Schade. Ich dachte mir, komm, watzte mal hier als MG-Erbse. Hm, das ist doch keiner. Da oben ist jemand. Ah, Mann, scheiße. Ich wollte gerade noch meine Bohnen schmeißen, hat aber leider nichts gebracht. Na ja, was soll's. Macht nix. So gut, dass ihr euch da freut. Das freut mich natürlich selber. Ja, da macht doch den mal da oben Platz, ihr Pfeifen. Kann das denn sein, dass da oben jemand lebt, dass er alle wegsnipern kann? So, auf Wiedersehen. Wie schnell geht das? Verdammt, zum Teufel. So brenne ich. Ach, die Sau. Der hat sich doch versteckt. Die Sau. Oh nein, jetzt nehmen sie ein. Verdammte Scheiße. Da bin ich schon wieder angesteckt, der Sack. Lebt ihr da oben immer noch? Ey, Leute, was ist mit euch los? Das kann doch nicht wahr sein, dass der Typ da oben immer noch am Leben ist, Mann. Ich hasse sowas, ohne Scheiß. Wenn ich doch weiß, dass da oben jemand ist, dann nehme ich den doch gleich unter Beschuss. Ich als Gift-Erbse kann eigentlich nicht viel machen. Ganz ehrlich. Weißt du, der Kollege ist kein Sniper. Aber gewisse Charaktere wie Kaktien oder Kaktien oder Kaktien zum Beispiel, die könnten den ja wegholen. Aber ich bin halt kein guter Spieler. Ich weiß sowas nicht. Na weg! Ja, du stellst dich jetzt da hin. Gut, dass du dich hier hinstellst. Ich wollte hier aufs Dach, du Pfeife. Oh, dankeschön. Nehmen wir die nämlich noch unter Beschuss, die Kollegen. Was, das ist nicht doof? Guck mal, hinter dir ist doch ne, ist doch ne Blume. Wieso killst du die nicht eigentlich? Mich verarschen? Das ist jetzt ne verdammte Blume. Wie sagst du, wie sagst du die nicht gekillt, du Pfeife? Die ganz gleich null. Ja, nie Thiel. Meist mal ein Heal an. Hallo? Heal. Heal. Eins drücken. Leute, die kennen ihre Klasse, glaube ich nicht. Kann das sein? Ich nehme dich unter Beschuss. What the fuck? Das muss ich nicht wiederbeleben. Nee, 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 nee. Immer dasselbe. Und der ist schon mal hinüber. MG, hab sie. So, der ist hinüber. Kennen wir den noch, der da hinten sitzt. Endlich den Garten verloren haben, während die anderen Leute es einfach nicht hingekriegt haben, den Garten zu verteidigen. Yeah. I love my team, baby. I love it. Toll. Wird sich immer gekillt? Lol. Hab ich gehört, das war ein Mikrofon-Test. Habt ihr das gehört? Aua. Das nehme ich persönlich, weißt du ja, ne? Komm, wo bist du? Du bist eigentlich im Vorteil, Kollege. Ich jetzt noch gewinne, ey. Da bist du aber richtig schlecht, Kollege. Boah, Wahnsinn. Ich lebe immer noch. Unfassbar, wir recken uns mal gerade so ein bisschen. Na, wo ist er? Ei, 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 wo ist er denn? Na, wo ist er? Wo ist der Kollege? Und wo muss er ja sein? Hm. Jetzt nehmen die schon wieder den nächsten Garten ein. Das gibt's doch nicht. Ne, will man auch. Ganz gar nix, obwohl du Tarnranger bist. Ist ja richtig schlecht. Die wird nicht treffen. Halt's aus ab, oder was, du feige Sau? Du Muschi. Du Mumu. Dann killen wir dich so halt. Ach, toll. Jetzt komme ich da gar nicht hoch. So, shit. Ah doch, guck mal hier. Ich komme hier hoch. Aha. Ich jetzt hier nicht getötet werde. Oh, fast, dass ich jetzt hier nicht von innen gekillt werde. Das ist eigentlich ganz lustig gerade. Na, wo ist er? Da ist er doch. Kollege, du kannst ja gar nix, Mann. Du bist Tarnranger, Alter. Gott, war das schlecht. Mein Gott, du warst kein Gegner. Du warst kein Gegner. So. Jetzt aber. Weg mit dem Scheißding. Und der ist wieder hinüber. Gift gegen Gift. Welches Gift gewinnt wohl? Mein Gift. Haha. So, haben wir hier eigentlich irgendwelche Sniper, die hinten hocken? Die hocken ja immer hier ganz gerne. Dann können wir die ja mal wegholen. Die schon mal dabei sind. Tö, den hab ich erwischt. Hehe. So. Ne, hier ist gar keiner. Das ist aber schade. Schade, dass hier keiner ist. So. Hat nichts genützt. War zwar eine gute Idee, aber hat nichts genützt. Den hab ich zumindest erwischt. Der dürfte wahrscheinlich sterben. Oh, schön, dass ich da einen Schaden mache. Ah, schade, ist nicht gestorben. Verdammt. Schade. Schade, schade, schade. Und ich sage, ich würde gerade sagen, der muss doch mal sterben hier, der Kollege. Hallo. Guten Tag. Sie sind Giftmüll, Mus, Mus, Müll. Oh, da oben ist doch jemand. Hallo. Oh, da oben ist doch, ist doch immer noch jemand. Hat man gerade hier. Scheiße. Ah, verdammt. Schade. Ja, jetzt haben wir leider verloren. Jetzt haben wir den Garten leider doch verloren, so ein Sheet. Na, egal, macht nichts. Haben noch ein paar übrig. Zwei Stück sind noch da. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. So. Beschuss nehmen. Ne, da wäre es schlecht, sich da hinzustellen. Hier auch auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen uns wahnsinnig stellen. Hier sind nämlich schon alle am Stehen. Gift, 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 Gift. Gift, 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 Gift. Au, 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 au. Ist aber nicht sehr nett von euch. Das sind doch nur arme, kleine, kleine Erbsen. Na, steht da noch jemand? Ich weiß nicht, da steht noch jemand, aber da stand wohl doch niemand. Einfach mal in der Brune einfach mal hin. Schade. Hört ihr die Ombrero-Bohne für solche Aktionen lieber benutzen? Wäre besser. Und wo kam denn das jetzt gerade? Oh. Holy shit. Da wurde ich gekillt. Wie Kills habe ich eigentlich? Sieben Stück. Naja, ist nicht gerade die Welt. Aber, äh, was soll's. Jetzt machen wir mal Trick 17. Wie gesagt, Trick 21. Gehen wir mal hier hin. So, und den helfen wir mal, den da zu killen. Oder den da. So, Wiedersehen. Der ist hierüber. Hallo, ich bin auch hier oben. Schade, aber meine Brune trifft auf jeden Fall noch irgendeinen. Eins. Ja, einen hat zumindest gekillt. So, ein Bühnchen. Vielleicht gibt's mal ein Bühnchen da. Ach, ich bin die Kante geworfen. Durch die Krise. Boah, what the fuck, ey. Ja, ja, Senkschuss. Ist klar. Ich würde jetzt gerne was mit, mit deiner Mutter sagen. Aber, ich sag's mal nicht. Hm, den hat man gekillt. Den hat auch noch gekillt. Wunderschön. Scheiß, Schweißer. So, der ist hinüber. Aber, hab ich höchstpersönlich geholfen? Ach, verdammt. Ach, shit. Verdammt. Verdammt. Bin da eigentlich hoch. Nein, komm, schon. Die Bohne noch, die Bohne noch. Bohne noch. Bohne draußen. Hab sogar noch jemanden gekillt. Yes. Chili-Bone-Bombe. Das scheiß Schweißer, ne? Die Sau. Ich bin schon wieder hier. Ich komme hier raus. Absicht. Keiner erwischt. Schade. General Sub-Primo. Wollen wir mal hier gucken. Ah, jetzt kommt gerade dieser scheiß Schweißer. Hier. Gerade in dem Augenblick, wenn man sich nicht umdreht, da kommt dann jemand. Scheiße. Auf 4 zu 1. Ich bin schon viermal gekillt, die arme Sau. Oh, nee. Ich bin auf der anderen Seite mal rausgekommen. Ist ja mal Wahnsinn. Ich glaub's ja kaum, ey. So, auf Wiedersehen. Da gibt's mal eine Bohne unten rein. Scheiß Schweißer da unten, ne? Der verreckt aber auch nicht. Jetzt ist er aber tot. So, der da unten noch. Ich würd sagen, das war's dann. Yeah. Wir haben's doch noch geschafft. Wunderschön. Und die Wiederlänge passt auch richtig gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Ein sehr cooler Part auf jeden Fall. Ja, 14 Kills haben wir gekriegt. Ist es nicht die Welt? Schussmeister ist der Killer geworden. Der Diakiller. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, Leute. Wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.